Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Der attraktive Kerl neben mir heißt Minoel90 und ich bin Benni Sue. Heute ist ein Update-Video. Freust du dich drauf, Minoel? Du bist Benni Sue. Sue. Okay, wir wollen heute ein Update-Video machen. Ihr seht's auch schon. Moin, Jungs, hier Handcam. Wollen wir das? Ja, das wollen wir. Yeah, hier ist meine Handcam. Ich hab jetzt endlich diese Handcam eingerichtet. Jetzt seht ihr endlich meine schönen Hände. Sind die nicht schön? Ich hab sie heute noch nicht gewaschen. Aber egal. Ey. Los geht's. Und guck das Video auch gerne bis zum Ende, dass ich mir auch die, dass ich mir noch mehr wichtiger Cosmetics kaufen kann. Yeah. Minoel, wie geht's dir heute? Äh, relativ gut. Ich geh auf 14 Uhr ins Theater und dann schau ich heute um 16 Uhr noch auf WM-Finale. Yeah. Ach stimmt, ja. Heute ist das WM-Finale. Ich hab ihn einmal gekillt. Was macht er? Er will mich töten. Ja. Ja. Oh. Ich krieg auf einmal noch weg aus dem... aus der Hölle, ja. Ich bin sehr gespannt, was er jetzt macht. So. Äh. Nein. 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 Ich hab dich so weggestormt. Ich weiß. Das war übel ehrenlos. Ich hab dich so weggestormt. Ja. Nein. Ich wollte dich so. Ich wollte... Ja, okay. Ich hätt jetzt Fat Karma kassiert, hätt. Nein. Sehr gut. Bin stolz auf dich, Minoel. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Äh. Aber ich... Wobei eigentlich geht mir gar nicht... Was denn das für eine Schrottinne? Ah, nee. Weil ich hab... Ich musste heute wegen Schule wichteln. Äh, halt so von oben Geschenkpapier holen. Digga, diese... So, weil... Das Geschenkpapier ist halt bei uns in so einer Kiste. Und die ist mir so richtig auf den Nischel gefallen. Oder auch... Oder auch Kopf genannt. Aua. Oh, bei uns ist es immer richtig kritisch und wichtig und so. Ich... Ich versteh diese Matt nicht. Wirklich, Digga. Ich versteh nicht. Wo sind hier die Kisten? Äh, wirklich, Minoel. Bitte hilf mir. Ich bin sonst tot. Ah, hier unten geht's noch weiter. Yeah. Oh ja. Das hat gut getan. Oh mein Gott. Du schreibst, Digga, du schreibst mir gerade. Nein, Minoel, du bist in der Aufnahme. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat mich habs genommen. 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 Wo du gleich auch hingehen würdest. Ich fach. Hey, ich krieg aber... Also schlechten Loot hab ich auch. Das ist eh. Ich weiß nicht. Benni, weil die ist da oben jemand. Weiß? Ja. Soll ich kommen? Ja, mach mal. Ja. Er ist Solo. Er hat anderthalb Herzen. Er hatte halt bessere Rüstung und besseres Schwert. Schnell, Minoel. Geh rein. Ähm. Ich würde aufpassen. Der ist da oben und stomp jetzt. Er ist tot. Minoel tot. Boah, Digga. Ja. Wie viel, wie viele Herzen hat der? Äh. Ich hab ihm zweieinhalb Herzen. Äh. Jetzt one be one. Unzerstörung. Leute, jetzt seht ihr... Ja, genau. Warte. Hotkey verkackt. Uah. Digga. Ah, scheiße. Hotkey aus Versehen ungedrückt. Nein. Nein. Das krasse, so mit Kombos und sowas bin ich ein bisschen besser als Minoel. Hab ich gesehen. Ja, hab ich deutlich gesehen. Ja, aber ich kann halt trotzdem mit den Secondaries besser spielen. Und deswegen hab ich bessere Chance. Yeah. Ich werde Minoel rein. Dobinet. Stürm. Ja. Ach, Digga. Ach, Digga. Ach, Digga. Wo bist du? Ich bin Blocklatschmeister. Träumt ihr? Jungs. Ja. Wäre gut, wenn du mitkommst. Ich bin... Ich bin da unten. Nette Problem ist, ich hab keinen Wassereimer und ohne Wassereimer ist ziemlich doof. Wenn beide auf mich stormen, bin ich tot. Oh, nein. Digga. Nein. Ich hab nicht gecheckt, dass ich nicht sneake. So, der eine ist unten. Hör, ich hab doch gesneakt. Nein. Ich hab vergessen, dass ich nicht sneake. Aua. Ich bin sehr schlecht. Leute, wir sehen uns in der nächsten, in der letzten Runde. Und, ähm, wir sehen uns in der letzten Runde, wenn Minoel das nicht gewinnt. Wenn Minoel das gewinnt, dann mach ich jetzt Highlights aus seinem Clip. Yeah. Ich geh in. Ja. Und jetzt Dom. Ja. Bis gleich, Jeff. Möp. Oh ja. TNT-Bustier. Was geht denn hier alle auf mich jetzt eigentlich? Wenn einer davon M.L.G. verkackt. Ja. Beide. Du hast Doppel so gemacht. Hi-Dong. Hi-Dong. Einfach Minoel. Champion. Schaffst. Achtung da. Schneeball. Warte. Hilfe. Das kannst du noch gewinnen. Hör. Einer ist noch alleine. Er hat schlechten Stuff. Er ist Low. Hier runter. Ja. Da. Er ist da. Der Luchinator. Hallucinator. Hallucinator. Ich habe Luchinator verstanden. Ja. Dann tun wir noch mal kurz. Da. Jumpen wir hier runter. Ja. Er macht hier einen Tierboot. Nein. Mach ihn kaputt. Ah. Stopp. Ja. Minoel. Los. Du gewinnst. Minoel. Gewinnt das. Bin einfach besser. Bingbong. Kombo. Minoel. Doch nicht besser. Minoel. Doch besser. Ich lach halt meine Fresse und mach wieder spannende Musik drunter. Bingbong. Hast du gewonnen. Bitte. Oh mein Gott. Minoel. Ist krass. Nein. Oder besser gesagt. Die einen. Scheiße. Die den TNT Bus verkackt haben. Aber egal. Ja. Die waren komplett scheiße. Ja. Das war richtig schlecht. So Leute. Das war's mit dem Video. Lasst doch gerne ein Like da. Macht ein Abo. Yeah. Wenn wir wollen die 2k Abos haben. Dann habe ich auf diesem Server hier. Premium Plus. Yeah. Und ich wollte gerade. Das macht viel Community Spaß. Yeah. Deswegen kommt auch immer regelmäßig in die Streams. Weil da gibt es da interaktiert. Benni. Das war nicht mit der Community. Weil er nie den Chat liest. Aber ja. Ich lese immer den Chat. Nee nee. Aber ab jetzt lese ich den Chat. Ey.